Borussia Dortmund hat sein Trainingslager im schweizerischen Bad Ragaz bezogen. Mit an Bord beim Vizemeister Rückkehrer Mario Götze. Auch der zweite Star-Neuzugang André Schürrle, teuerster Einkauf der BVB-Geschichte, trainierte am Abend erstmals mit der Mannschaft. Bis zum kommenden Mittwoch wird die Borussia in diesem schicken Hotel in Bad Ragaz hausieren und an Fitness und Form für die kommende Saison feilen. Das Team von Trainer Thomas Tuchel bestreitet im Rahmen des Trainingslagers Testspiele gegen den AFC Sunderland und Athletic Bilbao. Am 14. August empfängt der BVB zum Supercup-Double-Gewinner Bayern München.